Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MLT Late Night Talk. So, wir sprechen heute über das Thema Rubber, Uniform und Boots und mit mir im Studio ist heute der Benni als Moderator. Auch von mir ein herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns, dass wir zu unserer Folge viele passend angezogene Gäste haben. Ich darf euch vorstellen den Robert, den Ralf, den Martin und den Daniel. Ja, und da wollen wir auch gleich einsteigen mit unseren Gästen. Am interessantesten ist natürlich, was ihr jetzt zum Beispiel anhabt. Und ich würde einfach mit dem Robert beginnen. Was hast du an? Was kannst du uns darüber erzählen? Was macht dich geil dran? Okay, mach ich gerne. Ich stehe mal auf, damit ihr auch alle seht, was da alles dran ist. Aber auch neben dem Licht. Das ist eine Sportuniform. Die wird einfach immer individuell nach Einsatz zusammengestellt. Und heute habe ich mal ein paar Sachen mitgebracht. Natürlich einen klassisch schwarzen Overall, der drunter ist. Dann fangen wir an den Beinen an. Stiefel, Schienbeinschoner, Oberschenkelschoner, eine Weste, wo man so einigen Potenzial dran befestigen kann. Und natürlich Masken und Helm. Und dazu können natürlich Anschlungen. Auch nach und schon sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr detailgetreu mit allem, was dazugehört. Ich frage jetzt gleich mal den Fall. Was ist das für ein Modell, das du uns heute zeigst? Das ist eine Marineuniform von der MV8. Also aus Brockmarine. Ist relativ schlicht gehalten, wie man sieht. Wurterklappen, ansonsten ist das nur der Uniformschnitt. Da geht es mehr für mich, weil ich aus der BDSM-Szene rauskomme, einfach nur ein bestimmtes Szenario zu setzen. Ansonsten haben wir eine gewisse Schwule Stiefel dazu. Aber auch variieren, wie man möchte. Es gibt jetzt nicht so explizit Dinge, auf die man achten muss oder sollte. Ist das, Robert, was für dich genauso ist? Dass du sagst, Details sind jetzt gar nicht mal so wichtig. Das muss zu mir zum Spielen passen oder ist die Detailgenauigkeit bei der Uniform wichtig? Das Schöne ans Wort ist, es gibt nicht die eine Uniform, keine Vorschrift dafür. Die wird eben immer nach Einsatz, um sie festlegen. Ich mache das so, wie ich das eigentlich gut finde. Ich mache ein paar Materialien, wie Handschellen, Verbestigung mit dabei. Und letztendlich das Interessante an dieser Uniform oder diesem Outfit ist, dass es ziemlich massiv ist, dass es einfach eine Form von Dominanz hinterlässt und letztendlich damit einfach ein interessantes Spiel zustande kommt. Das heißt, allein wenn andere Jungs das sehen, geht es ihnen fast auf die Knie, bevor überhaupt bei Schlüssel der Schlagstock gezogen wird. Das heißt, du würdest jetzt dein Outfit auch ganz klar der dominanten Rolle zuordnen? Ja, klassisch auf jeden Fall. Aber wenn mehrere Autis miteinander unterwegs sind, dann stellt sich immer raus, wer dann letztendlich der Chef und wer dann mal nachgeben muss. Und wie regelst du dann genau das? Das ergibt sich irgendwo beim Spiel. Okay. Ja, bei der Marineuniform ist das ja wahrscheinlich ein Stück weit anders. Oder würdest du das genauso sehen, Rall? Also in meinem Kontext spricht es halt für sich, dass es eine gewisse Dominanz, Befehlensgewalt, etc. mitkommt. Lässt sich auch super in ein Spiel integrieren, weil man ja die Möglichkeit hat, dass die Begleitung entsprechend auch vielleicht ein Uniform trägt und ergänzt sich das irgendwo auch. Es ist einfach eine Symbolik auch für eine gewisse Boden. Das heißt, du hast noch niemanden gesehen, der sich jetzt beispielsweise in einer Marineuniform hat fesseln lassen? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Ich glaube, das wird auch so vielleicht nicht passieren. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht auch mal zu unserem anderen Outfit, jetzt, das wir heute hier zu zeigen haben. Beim Rubber ist es ja so, dass die Rolle zunächst mal nicht damit im Vorfeld definiert wird. Oder, Daniel? Das stimmt. Also ich bin ja da nicht 100% auf Rubber fixiert, sondern ich kombiniere das auch gern. Also ich habe auch gerne mal Boots dazu an oder auch ein langes Rubber. Wir haben im Schrank daheim hängen komplette Rubber mit Seilen und Fesseln und wo du dich überall festmachen kannst. Das ist ja immer, je nach Lust und Laune, was ich gerade mag, also total unterschiedlich. Und dann hast du ja auch von den verschiedenen Stärken, was du gerade willst. Beim einen kannst du dich mehr bewegen, beim anderen weniger. Beim einen kannst du mehr entschwitzen, beim anderen nicht so. Und das macht den Reiz aus. Ja, ich kann mich eben nur anschießen. Ich trage einen Rubber-Ganzkörperanzug. Das heißt, ich habe auch den Beinen und Fußes nicht mit Rubber bedeckt. Das kombiniere ich gerne mit Socks. Das ist nichts. Und ich habe als zusätzliches Gefühl der richtigen Festigung noch ein Aha-Mis drüber. Der erste ist in jedem Fall aus Leder. Ich hätte ihn gerne aus Rubber. Das wäre vielleicht eine gute Vollendung in meinem Equipment. Aber momentan halt das halt hin. Ich mag das sehr Anliegende, sehr gerne. Wenn man dann so anfängt, so einen leichten Schwitzfilm zu entfalten, das feuchte, das ist schon das Geile. Ich habe dann auch so einen durchgehenden Reizfluss drin. Wenn ich Rubber trage, switche ich es sehr gerne. Also siehe es so wie aktiv. Und es ist ein sehr geiles Gefühl. Ja, dann haben wir auch schon den ersten Unterschied. Während die Uniform dann schon die Rolle in irgendeiner Art und Weise mit definiert, ist es bei Rubber definitiv nicht so. Sondern man kann beide Rollen in Rubber gut genießen. Ja, da gebe ich dir recht. Daniel, du hast jetzt eben schon gesagt, du hast ein großes Präpertoire im Kleiderfrank. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, inwieweit ist das, was du machst, was du spielst oder wie du spielst, auch abhängig davon, was du an Rubber trägst? Wenn ich jetzt an Ausstattung, Details, Materialstärke oder so denke. Also es kommt immer auf die Spielart drauf an. Also wenn ich in den SM-Bereich gehe, dann ist natürlich Rubber tendenziell ungünstig, weil du musst es ja dann doch irgendwo vor Beschädigung schützen. Aber gerade im Bereich Fisten oder irgendetwas, wo du auch mit dem Gegenüber sehr viel Kontakt haben willst oder auch längeren Kontakt, das ist bei mir so, wenn sich das Ganze verstärkt. Und du fühlst den anderen viel intensiver. Und dann ist natürlich so, wie jetzt mich gerade zieht es längere, dickere an oder es ist gerade warm draußen, natürlich das dünnere. Und dann je nach Lust und Laune auch mal kurz oder lang. Und dann ist ja auch interessant, gerade wenn Fotos irgendwie gemacht werden, willst du das Gesicht nicht drauf haben. Bei mir erkennt man mich natürlich. Es ist halt dann auch so die Sache, will ich erkannt werden? Ja. Oder will ich gar nicht erkannt werden? Dann ist halt was Langes. Und es ist immer nach Lust und Laune. Also ich kann es nicht klar definieren. Ist das bei dir ähnlich, Mathilde? Ja, ich mag eigentlich nicht diese Folgenverschleierung. Also ich mag schon immer Freikarten bei Vorrufer. Aber ich finde es lange ganz gängig. Ich mag weniger in den Shorties und eher, dass komplett die Beine und Arme und natürlich an ihrem Körper voll betätigt sind. Und wenn mein Gegenüber dann auch so ist, und dann ist der Körperkontakt, den nimmst du ganz anders wahr. Also ist Sensorik auch ein Thema? Ja, ja, die sind alle sehr, sehr viel Schärfer gestellt, wenn man nur nackt ist. Also das ist unglaublich, was das Rapper auslösen kann. Ich habe das am Anfang, wo ich das erste Mal Rapper getragen habe, das war sogar ein Underground, und bin dann so durch die Heiliger eingegangen. und habe dann mal mit dem Gegenüber angefangen, mich zu erhalten, und bin zu mir hergekommen. Und du kannst dann auch topfmäßig auch sehr gut abschalten. Und dann hat es mir erst so diesen richtigen Kiki gegeben, diese Funktion der Kleidung. Das ist was für eine Intensität, das ist einfach richtig geil. Ich muss an der Stelle den Robert einfach mal fragen, weil für mich ist das jetzt gerade wirklich wie Feuer und Wasser, was eng anliegend angeht, was, wenn du sagst, Rubber ist gefühlsverstärkend. Ohne dass ich jetzt der Bär oder der Schrank wäre, aber wenn ich hier gegen haue, wirst du das wahrscheinlich so gut wie gar nicht merken. Wie sieht es denn beim Spielen in der Uniform aus? Genau. Also du bist natürlich geschützt, das ist auch einfach in der Uniform. Und das macht ja auch das etwas martialische eigentlich an diesem Ganzen. Du bist einfach in der Uniform, mit dem Mannhierungstragenden Motorradkombis zum Spielen. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Du bist hier komplett geschützt. Du kannst natürlich auch dann mit deinem Spielpartner, sofern er auch einen gewissen Schutz hat, auch etwas Bester zupacken und ihm halt auch mal einen Schlag verpassen. Das heißt, es ist durchaus so, dass das, was du machst, logischerweise ganz eng im Zusammenhang steht mit dem, auch was du gerade an Uniform zum Beispiel anhatst. Ja, genau. Das ist natürlich nicht sinnlose Gewalt, wie man da irgendwo aus versucht. Man muss das, gerade als Top dann sehr genau unter Kontrolle haben, was man dem Spielpartner dann zumuten kann. Es geht hier auch nicht unbedingt rein um den körperlichen Kontakt, sondern allein schon die Optik, die psychische Wirkung ist da durchaus sehr interessant. Allein schon das Sehen von einem Typen, in der Uniform, das hat bei mir letzten Endes angefangen. Das war geil, will ich haben. Und so bin ich halt auf die Idee gekommen, mir selber eigentlich so ein Uniform zusammenzustellen und habe die halt im Laufe der Zeit weiter vervollständigt, was nicht ganz einfach ist, weil die Teile gibt man einfach nicht im normalen Laden. Das wäre jetzt eine Frage. Ich würde vermuten, Ralf, das ist tatsächlich ein Original. Jetzt aus dem Bestand wahrscheinlich auch durchaus zu bekommen. Doch, ja. Klar, es wird mit Sicherheit Sammler auch geben, die das entsprechend dann wegkaufen. Ist das eine Nachbildung oder sind das auch, kann man da Originale in irgendeiner Form erwerben? Ja, kann man. Bis auf die Reste, die ich einfach eigentlich auch interessant finde, sind alles Originale von einem amerikanischen Hersteller. Da wird es dann richtig schwierig, die zu bekommen. Da hilft einem dann das bunte Auktionshaus dann weiter. Oder aber man hat irgendwelche Bekannten, die einem die Sachen dann auch aus USA zuschicken. Und das dauert halt sehr, sehr lange, bis man wirklich seinen kompletten Satz dann beieinander hat. Natürlich kann man einfachere und günstige Sachen bei den bekannten Internet-Shops, die sich auch Military Outdoor spezialisiert haben, das eine oder andere Teil auch beschaffen. Aber das sind dann in der Regel keine Originale. Die Problematik besteht einfach darin, dass diese Sachen bei uns eine Prüfung haben müssten, um in die Hand zu kommen. Und da kümmern sich die Amerikaner eigentlich nicht drum. Also schon durchaus ein größerer Aufwand, das zu beschaffen. Ich weiß jetzt tatsächlich, dass es durchaus verschiedene Quellen gibt, um sich Rubber-Outfits zu besorgen. Gibt es da für euch irgendwo Favoriten? Oder wonach richtet ihr euch, wenn ihr sagt, ich suche gerade was Neues? Ich glaube, leider nicht so viel an Rubber im Kleiderschrank. Eigentlich ist das mitunter mein einziger Anzug. Der ist auch von der Stange. Das sieht man speziell hier in den Armen, weil ich leider nicht so viele Muskelpakete habe, dass das Rubber hier falten schlägt. Das ist ein Anzug von der Stange. Deshalb kannst du ja noch rein, dass sie ja sind. Ja, Bruteil natürlich beim Mauskisschneider und Rubber ist einfach der Pass, der angegossen muss man ausnehmen. Aber es ist auch ein extrem großpreisiger Unterschied. Es sind nur zum Beispiel diese von Latex-Catfish. Und es gibt auch in Berlin, ich nenne es mal jetzt als Beispiel die deutsche Rhein-Dinge. Da habe ich mir mal eine Rubbershop, und habe gesagt, ich kenne das und das in der Farbe, das in der Farbe, hat sie maßgenommen und runtergerechnet. Und am Ende war es ungefähr um die 600 Euro. Und da dachte ich mir, okay, ich als armer kleiner Tariflöhner muss das jetzt mal ein bisschen durchrechnen, wie oft habe ich den Anzug an? Wann habe ich die Chance dazu, den Anzug anzuziehen? Und wenn ich denen natürlich mindestens einmal die Worte tragen würde, dann würde ich das schon für mich rechnen. Aber leider kommt man nicht immer dazu. Dass die Alltagstauglichkeit ist wahrscheinlich mit der Uniform besser gegeben. Man kann sich das auch vorstellen, das ist ja nicht so ein bisschen eine Funktionskleidung, die schützt weder von Kälte oder von Wärme. Ich könnte genauso gut auch nachts hier sitzen. Wäre für mich das gleiche Gefühl, also von der Wärme oder Kälteempfindung. Ja, ich glaube, da haben wir auch wieder einen ganz interessanten Unterschied zwischen unseren beiden Outfits jetzt heute gefunden. Daniel, frierst du gerade? Wie wärst du? Mir wird gerade warm. Okay. Ich greife nochmal dein Thema auf. Ich kann da die Latexschmiede im Alu empfehlen. Ja, von der habe ich auch schon. Genau. Und das geht wieder auf deine Frage zurück. Und zwar, es geht viel über Mundpropaganda. Ja, du erfährst von dem einen, der ist gut und von dem anderen, dass die Finger. Und wenn man sich da auch mal so in der Gruppe unterhält, du erfährst langsam, was für ein Preisgefüge da ist. Und bei mir war es so, ich bin da mit der Jungfrau zum Kind dazukommen. Mein Ex wollte sich bei Blackstyle unbedingt Gummi anschaffen. Ich habe immer gesagt, das ist nichts für mich. Ich bin dann mit der Tüte raus, er nicht. Ja, er stand in der Umkleide und das Personal hat zu mir gesagt, was machst du denn? Na, ich warte, er zieh halt mal Gummi an. Na gut, okay. Und das hat sich dann geil angefühlt. Und dann ist halt so, also das hier ist auch Maßanfertigung. Und ich habe das halt so mit meiner Lieblingsfarbe kombiniert, Neon-Gelb. Also ich habe auch einen Farbfetisch. Ja, so gelb und schwarzlicht. Finde ich immer voll geil. Und sagen wir mal so, der war jetzt in der Preisrange von 300 Euro. Ich denke, es kommt nicht unbedingt auf die Höhe des Preises an, Qualität zu bekommen, sondern einfach, wo du das dann auch herkriegst. Wo du das Beste, weil das Leistungsfeld auch herbekommst, je nachdem, wie anspruchsvoll oder wie anspruchsvoll das Rubber auch sein soll, wie gut es halten soll. Ja, und das eine ist halt, Blackstyle ist eine Apotheke. Und in der Preis, da wirst du bei 600, 700, 800 Euro und hast eigentlich erst mal einen Anzug mit ein bisschen was dran. Und wie gesagt, wir haben das auch erst nach und nach erfahren, dass der Alpera da ist, dass der gut ist. Jetzt waren wir dreimal dort, haben den Kleiderschrank wieder aufrüsten lassen. Und das heißt, Farbgebung, Muster, wie man ja jetzt hier auch sieht, hast du sozusagen dann frei gewählt? Genau, das hat sich einfach so im Gespräch ergeben, so unterhalten. Ich habe gesagt, er könnte ja das noch. Und mein Mann hat gesagt, ja, hier vielleicht noch ein bisschen was anders. Und so ist es dann entstanden. Ja, wir hatten vorhin auch das Thema SM im Outfit. Das heißt, Robustheit, wie stabil ist das Material, wie sehr muss man darauf aufpassen, dass beim Spielen nichts kaputt geht. Auch da haben es unsere beiden uninformierten Gäste wieder ein Stück weit leichter. Das ist doch einfacher. Genau. Ich habe mir gedacht, dass es nicht kaputt geht. Genau, bei dir kann gar nichts kaputt gehen, Robert. Ralf, bei dir, du würdest dir jetzt beim Spielen wahrscheinlich auch eher keine Sorgen machen. Nee, ich würde aber die Jacke ausziehen, weil sonst würde es zu warm. Okay. Aber beim Rubber muss man ja schon ein bisschen auf die Materialstärke aufpassen, ja, damit halt nicht zu schnell was reinkommt. Nicht nur auf die Materialstärke, auch in den Flüssigkeiten natürlich. Und für welche Stärke hast du dich da entschieden? Also das ist jetzt 0,6er Gummi, Standard, Anfänger 0,4. 0,6er ist halt stabiler. Wenn du es so rauf gehen, irgendwie auch 1,1 Millimeter oder noch stärker. Es wird halt dann immer fester. Und da ist halt dann auch wieder interessant, wenn es stärker wird, kannst du dich weniger bewegen. Dann geht es wieder in den MSM-Bereich rein. Wenn man Bonnetsack daheim, auch aus Rubber, irgendwie relativ dicke Materialstärke. Aber da könnte er zum Beispiel dann auch ungehindert draufschlagen. Genau, das ist ja dieses Extreme. Ich fühle mich mit dem 0,4er-Rubber sehr wohl, weil man hat doch eine gewisse Festigung am Körper, aber dennoch extrem flexibel. Flexible Bewegung. Also man kann sich wirklich super bewegen da drin. Wenn man trotzdem noch dieses feste Gefühl am Körper zu haben, diese Kontrollärte, diese Situation gibt, ist genial. Jetzt hast du, Daniel, eben gesagt, es ist quasi ja ein eigenes Design, was du hast anfertigen lassen. Gibt es sowas im Uniform-Bereich? Auch du, Robert, hast ja gesagt, du hast es selber zusammengestellt, aber ja doch am Original, wirklich sehr eng orientiert, ist es aber im Uniform-Bereich auch so, dass man auf die Idee kommt zu sagen, ich baue mir mal eine Fantasie-Uniform. Oder geht es da schon eher so darum, das soll am Original sein und im Zweifel auch drückt die Uniform dann auch einen Rang aus? Entscheide ich mich, wenn ich mir eine Uniform auswähle, das ist jetzt, weiß ich nicht, ein Hauptmann oder ein Gefreiter? Das machen dann eher die Rang-Zeiten aus, die an Uniform gefragt werden, nicht an der Uniform, man muss da selbst, wie ich schon sagte, bei SWAT ist das sehr individuell, hängt halt von dem Einsatz ab, den die professionellen Jungs machen. Bei uns ist natürlich der Einsatz dann mit den Spielkameraden, da stellt man das zusammen, was einem am besten zusagt. Da gibt es keine festen Regeln. Aber bei den klassischen Uniformen, ich habe auch ein paar Fachbeispiele dabei, da macht es einem einfach absolut Sinn, dass Oberteil und Hose das selbe Tarnmuster haben. Magst du mal ein bisschen was zeigen, was du mitgebracht hast? Ich habe einfach mal zwei mitgebracht. Ich bin ein bisschen Amerikalastik, das sieht man hier in meinem Sword-Outfit, und ich habe einfach mal eine alte, traditionelle Woodland-Hose mitgebracht. Das Muster ist bestens bekannt, wird auch von vielen getragen, ist relativ einfach und günstig, bei diversen Händlern zu bekommen. Ich bin eigentlich über dieses Muster in dieses ganze Thema reingekommen, weil dieses Probe-Muster, zum Gegensatz zum Flat-Tarn, was der Benni hier trägt, ich finde einfach, das vermittelt so ein bisschen optisch schon eine gewisse Dominanz, was für mich zumindest. Deswegen bin ich eigentlich über die Woodland-Uniform, dieses ganze Uniform-Thema eigentlich reingekommen. Und ich habe noch eine zweite, aktuellere mit dabei. Das ist ein Multicamp, was aktuell im Einsatz ist, auch von unseren Jungs getragen wird. Das ist ein ziemlich modernes Muster, ist ein bisschen kleinkarierbar, sage ich mal so. Grün- und Brauntöne gibt es auch in bestimmten Variationen für spezielle Einsatzgebiete wie einen Dschungel oder für Wildergebiete, also wo Schnee ist, als es dann überwiegend weiß. Weil man, und ich habe mir wirklich nicht mehr, ich war noch gut dünken, von irgendwelchen Militärs entschieden, sondern da wird wissenschaftlich gerade forscht, einfach um die beste Tarnrückung zu erzielen. Und ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich insgesamt irgendwie ein paar hundert Tarnmuster auf der ganzen Welt, weil jedes Land da auch was Eigenes macht. und sie einfach aussuchen, was einem gefällt und dann schauen, was ein stimmiges Ober- und Unterteil und natürlich sinnvollerweise auch eine Kopfbedeckung mit dazu bekommt. Genau. Also ich habe mich ja diesmal für was Regionales entschieden von unserer Bundeswehr. Ja, genau so, wie es im Grundwehrdienst, glaube ich, auch so war. Ja, das ist dann sozusagen von der Deutschen Bundeswehr. Jetzt haben wir ein bisschen was noch dekoriert auf unserem Tisch, was, glaube ich, beides ein bisschen verbindet. Also es kommt aus dem militärischen Bereich. Vom Material her wird ohnehin auch Gummi verwendet. Wir sind jetzt auch wieder beim Rubber. Ist das ein Thema, gehört es dazu, auch zur Uniform, Accessoires, wie zum Beispiel Gasmasken zu nutzen oder sage ich mal, ist das etwas Entliehenes jetzt dann für unsere Gummibärchen, hätte ich jetzt fast gesagt, dann sowas im Spiel eingebaut wird und ist es ein Thema, dass die Teile tatsächlich auch aus Gummi sind? Sollten sie, sonst wird ja der Sinn auch ein bisschen verloren. Andere reichen Funktionen von Gummi-Massel ist auch wichtig. Dadurch, dass es ein dembares Material ist, passt es sich wunderbar der Kopfform an. Die Gasmaske dient ja zum Atmen, aber dadurch die eigentliche Funktion bei der Gasmaske, die Atmen wird dann ein bisschen kommentrierter, wird erschwerter, wird auch zielgerichteter gerade in den Schläuchen. Da kann man zum Beispiel andere Geruchssubstanzen mit einbauen, wie zum Beispiel vom Sika her, kann man jetzt wieder mal ein bisschen so in den Schlauch halten, das ist sehr geil. Oder mal den Filter ein paar Tropfen Poppers fängt. Das gibt dann auch keinen gewissen geilen Klick. Und natürlich hat die eingeschränkte Sicht dazu durch die Sichtfenster, die kann man entsprechend auch verkleben in der Wunsch vom Gegenüber. Ja. Eigentlich geht überhaupt nichts zu machen. Das wird einfach können. Bei uns gehört es definitiv auch mit dazu. Gasmasken für bestimmte immunierte Einsätze natürlich absolut sinnvoll. Da natürlich idealerweise ich habe irgendwo eine Lump stehen oder liegen sehen mit einem verspätigten Glas, so dass der Schmiedpartner einfach nicht mehr in die Augen schauen kann. aber nicht weiß, was man der Absicht hat. Genau, also ursprünglich sollte man vielleicht sagen, gehörten die ja zur ABC-Schutzausrüstung, das heißt ja, gegen chemische Angriffe, also gerade die Masken, die hier liegen, würden dann quasi eher zu dem Black-Turn-Outfit passen. diejenigen mussten sie dann auch wirklich im Einsatz nutzen. Ja, im Fetisch-Bereich sind sie hauptsächlich, genau wie ihr gesagt hat, eben zum Spaß da. Das hier ist zum Beispiel eine S10 aus Großbritannien, die ist im Fetisch-Bereich sehr, sehr beliebt, was man unter anderem auch daran feststellt, dass es erstaunlich viel Zubehör für diese Maske gibt, sei es diese verspiegelten Gläser, da gibt es auch Abdeckungen, damit man sozusagen blindfolded spielen kann, bis hin, dass es diese Masken eben hier mit kompletten Rubber-Hoodie gibt, anstatt dieser sogenannten Spinne, wo man sie im Normalfall eben dann am Kopf festschneidet, damit sie Luft nicht nimmt. Der Schlauch ist auch noch eingebaut. Genau, für den originalen Einsatz war natürlich auch mal der Trinkschlauch durchaus praktisch. Also Trinkschlauch auch mehrgends durchaus immer noch praktisch. immer noch praktisch, ja, der wird auch dann gern für andere Sachen verwendet, worauf man halt gerade getränkemäßig wüsstet. Lust zu haben. Oder Lust zu haben hat, genau. Bist du wieder was gelernt? Die kenne ich noch gar nicht. Wir haben ja auch ein ganzes Repertoire an Masken daheim. Ich bin jetzt nicht so der Masken-Fan, aber es kann durchaus mal geil sein, zum Beispiel Masken, wo nur der Mund frei ist und die Gesichtsform noch erkennst. Dann haben wir natürlich auch noch Masken daran. Klassisch Augen offen, Mund offen beziehungsweise auch dann mit diversen Schläuchen alles kombinieren kannst. Es ist halt auch immer dann so eine Frage, worauf hat man gerade Bock? Es gibt zum Beispiel bei uns kein Schema, wenn wir Sex haben. Das ist eine Spielart. Ich habe jetzt gerade Lust, ihn komplett zu mobifizieren. Dann ist es sinnvoll, irgendwas mit Schlauch zu machen, dass er dann überhaupt nichts mehr mitkriegt. Oder auch interessant ist, gerade bei Uniform, wenn dann der Passive da liegt und trotzdem noch was sehen kann. Also wieder mit Augen aufzusetzen. Ich kann mich dir da auch nur anschließen. Ich finde es ein leines Gefühl, mein Gegenüber die Maske aufzusetzen und dann gewisse Aachenkontrolle auch, die eben in die einfach die Luft abdrücken. Das ist natürlich noch ein großes Sicherheitslevel. Du musst genau wissen, wie viel dein Partner dein Gegenüber auch aushält. Das erkennst du ja viel an Gestik und Mimik und auch Körpersprache und du kannst es dann auch so extrem gut geil ausheizen, dass er kurz vorm Abspritzen ist. wie man den Orgasmus wieder versaust und so so. Ja, das ist eine Spielart, die man sowohl im Rapper wie auch im Uniform bei den Parallel gut spielen kann. Wenn man das mal optisch sieht, ist es ein nettes Rapper-Outfit mit noch mehr stimmiger im Gesamtkonstrukt. Das ist auch noch ganz angenehm und auch stimmig. Wenn du jetzt in dem Outfit unterwegs bist mit Maske dazu, dann weiß man gar nicht mehr, wer wäre. Das kommt einfach alt ist. Also sowohl für die Ausführungen als auch für die die damit klarkommen müssen. Das ist nichts dagegen, wenn jetzt fünf gleiche Spotis hier stehen würden. Denke ich mir. dann bin ich immer noch so locker bauen. Ich habe noch ein breiteres Quinten. Wenn es dem Thema kombinieren geht, bin ich da recht offen für. Es gibt Leute, die haben da eine ganz strikte Regel. Rubber to Rubber, Leder zu Leder. Ich finde es schön, das miteinander zu kombinieren. Zum Beispiel auch Sneaks zum Rubberanzug. Das ist für manch andere vielleicht ein No-Go. Ich mag es gern. Ich finde es auch geil, wenn wir in der Schweiz die weinigen Socken voll Sorgen und ich dann gegenüber schön ins Fes drücken kann, wenn er dann am Rücken liegt. Solche schlimmen Sachen hast du. Ja. War jetzt ein ganz interessantes Stichwort. Du trägst jetzt Sneakers, Martin. Ralf, du hast jetzt zum Beispiel passend Boots an. Der Martin kann mit Rubber kombinieren du könntest das nicht. Also Sneakers würden jetzt bei dir das No-Go sein. Es wäre auch für mich schon. Es gibt die Halbschuhe, die eigentlich eher vorzutragen von der Uniform. Das ist auch im interischen Botschrift Bereich weit zurückgeht, aber ich ziehe grundsätzlich gerne Stiefel an. Das gehört für mich auch mit dazu. Die Stiefel zu Uniform. Da bin ich deutlich flexibler. Ich muss einfach passen, ich habe jetzt leichte Stiefel mit dazu, die sich tragen lassen, wie ein Turnschuh. ist von Nike. Es gibt einen bekannten deutschen Hersteller, der Schuhe für Einsatzkräfte herstellt. Die haben dann schon den Charakter eines Sneakers, sind aber dann einfach klassisch in Schwarz und haben entsprechende Sohle, verbust ist. Wenn du irgendwo mal auf den Haus klättern musst, dann brauchst du einfach leichte Schuhe, die du dich einfach gut bewegen kannst. Oder einfach einen schnellen Einsatz machen musst, musst dann auch laufen können. Da helfen dir so schwere Stiefel, die da vorne stehen, nicht unbedingt weiter. Aber Stiefel gehören irgendwo mit dazu oder passendes Schuhwerk. Man kann mit dem Schuhwerk auch noch andere Dinge machen. Man kann das ja auch gut ins Spiel einbauen. Zum Beispiel? Ja, wenn ich dann so einen Mann vor mir habe, der verhört werden muss und der die Information nicht preis gibt, dann kannst du durchaus mal auch dritte vorn oder hinten reingeben. Ich persönlich bin Boots und Stiefel überhaupt nicht aufgenäht. Ganz im Gegenteil. Das ist sehr sexy. Nachhalt für mich ist zum Beispiel das Handling. Wenn zum Beispiel meinem Gegenüber gerne mal die Sneaks stehen, sehr gerne auf diesen Sniffer und Snicks Fetisch da kann es vielleicht die Snicks ausziehen bei den Boots mit 12 Loch oder 16 oder 18 Loch dauert einen Moment und in der Zeit in der du was wichtig ist Ich kann mir behelten und kann den mal im Dress fahren. In der Zeit kann ich dann meinen Stiefel ausziehen und den auf die Nase halten. Das ist natürlich auch machbar. Aber für mich speziell gerade wenn ich so im Flow bin in der Session drin bin sollte für mich nicht zu lange nichts passieren Ich glaube wo du deinen Sneak ausgezogen hast ist unser Kameramann geil geworden. Also dann sind ja Boots könnte man jetzt genauso zu Rubber anziehen sieht man ja auch öfters das wäre sozusagen eine Gemeinsamkeit von beiden Outfits. Das kann man durchaus kombinieren also ist auch gut daheim mit gelben Schnürsenkel passt halt dann auch zum schwarz gelben Outfit wieder dazu und was du ja gesagt hast mit diesem An- und Ausziehen ich finde es zum Beispiel auch geil dem anderen die Schuhe anzuziehen und auszuziehen kannst du auch mit verbinden es sind immer so Spiele Arten die auch gerne switcher ich mit mit dem Motivation mit ja wir haben jetzt sehr viel über Spielarten und was man damit spielt oder während man spielt gesprochen wie sieht es denn nach dem Spiel aus Stichwort Pflegebedarf da gibt es ja wahrscheinlich zwischen E-Form und Rubber ganz große Unterschiede bei Ralf musst du dein Outfit nach dem Spielen selten kommt halt drauf an was gespielt wurde bei einem Bloodplay kann es schon mal passieren dass es um die chemische Reinigung geht ansonsten ist es eigentlich mit etwas auslüften getan okay ja chemische Reinigung fällt bei euch beiden wohl aus ja ich habe es ganz gut daheim also Rabattpflege macht immer mein Mann ah das ist ja noch besser die Anschrift blenden wir dann nachher unten ein aber normalerweise klar musst du es danach waschen weil es ist ja schweiß dran und was weiß ich alles einfach ganz normal waschen mit Shampoo dann aufhängen und hinterher mit Puder im Schrank und sonst nicht nur Silikon im Schrank hängen habe ich es neulich gelernt weil die Bohren vom Gummi so nach und nach verkleben und irgendwann klebt das Gummi zusammen deswegen Teilkunft okay hörte ich auch schon von einem Verdiener Hersteller der mir das sehr deutlich klar gemacht hat hat sich mal mit einem ganzanzug bei ihm an der See gestanden und gesagt hat kannst du mir da den Riss reparieren und der Anzug glänzte halt von oben bis unten und war schön eingeöhlt mit Silikon und sagte ja du brauchst dich nicht wundern dass da der Riss drin ist und hat mir dann einen sehr intensiven Vortrag gehalten das sich noch Teilkontur anbietet den Vortrag haben wir im Allgäu kennengelernt aber wenn du einen guten Hersteller hast oder Produzenten der erklärte das auch genau bei mir fängt die Bledia schon alleine mit dem Anziehen und man sollte da nicht zu Vortrag angehen das erste Mal Anzug angezogen habe eigentlich als ich fertig war in einer halben Stunde schon gar keine Lust mehr auf nichts gehabt weil ich nicht unterrichtet wurde mit meinem Rapperanzug der ist ja schon sehr eng und man hat mir diese Hilfsmittel wie das Teilcomputer das man vorher auf die Haut oder in den Anzug hineinstreut das ist einfach das perfekte Mittel ist um leicht für sich reinzukommen weshalb davon habe ich nichts mitbekommen und dadurch dass natürlich das alles so grob auf der Haut lag und ich wie ich daran gezogen habe habe ich natürlich dem Anzug nicht gerade etwas Frutes getragen weil diese extremen Belastungen allein schon durch das Anziehen und Ausziehen hinterher war dasselbe Problem das jetzt dem Material extrem besondere Mieten und ja aber mit der Erfahrung wird man schlauer und immer wie gesagt auch in der Szene ist es am besten immer im Dialog zu bleiben mit den Leuten die damit schon Erfahrung haben und von denen kann man auch mal wissen zum Beispiel heute das reden so soll es ja recht interessante erfahrungen und dann durch diesen Austausch dann so lernst immer mehr und dann funktioniert das auch beim Anziehen mal trocken epilieren über das das stimmt ja wir haben ja vorhin schon über Accessoires gesprochen Ralf, wenn ich dich jetzt so anschaue, dann kommt ja ein Accessoire relativ deutlich zum Vorschein. Magst du vielleicht kurz, ich habe glaube ich in Geschichte nicht aufgepasst, deswegen weiß ich jetzt nicht, welchen Rang du hast, was deine Abzeichen jetzt wieder sagen. Das hat keiner im Kopf, weil es ja immer spezifisch ist, wenn auch immer mal wieder geändert wird. Das ist jetzt Kapitän zu See vom Dienstplan, aber es ist halt nur ein Accessoire. Wenn man zu viele oder zu sehr in diese Richtung tendiert, ich trage sowas auch auf normalen Classic-Partys oder so. Braucht man nicht damit rechnen, dass das irgendeiner kennt, es sei denn, er war mal irgendwie oder hat sich aus welchen Gründen auch immer damit beschäftigt. Deswegen hält man das halt eigentlich auch schlicht. Okay, das heißt Kapitän zu See heißt jetzt nicht, dass du auch Wort aus Frau steht. Nein, in dem Fall nicht. Okay. Ja Robert, bei dir sehe ich jetzt so auf Anhieb, kein Abzeichen. Welchen Rang hast du? Ja, es gibt im Realleben bei den richtigen Sorten, es gibt es natürlich Rangabzeichen oder Ränge, weil die letztendlich ja im Prinzip Polizeidruppen sind und nicht im militärischen Bereich. Bei uns, bei den Spezialkräften gibt es die Bezeichnung eben genauso wie bei den Polizisten, wo eben dann ein, zwei oder drei Punkte auf der Uniform sind. Und die werden dann hier oder? Die werden irgendwann in der Uniform sichtbar halt angebracht. Teilweise sieht man es auch auf den Brückenpatch-Feldern, wenn man mal so diverse Demos anschaut und dort die schwarz-uniformierten zu sehen bekommt, und dann haben die eben nach einer Bezeichnung, mit der nicht die Namen draufstehen, eben dann auch den Rang mit drauf. Das ist aber auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Zum anderen kriegst du natürlich da ein interessantes Thema auch, weil wir ja im Fetischbereich sind. Und das ganze Thema Rangabzeichen, wie weit ist es ein staatliches Hoheitssymbol? Also wenn ich mir Polizei drauf machen würde, dann hätte ich bereits ein Problem, wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs wäre. SWOT ist bei uns in Deutschland keine Berufsbezeichnung oder keine Institution. Damit würde das gehen. Aber wenn dann noch Flacken und ja, andere Hochheitszeiten mit dazukommen, dann kann das ganz böse ausgehen. Weißt du, was ich mir dazu... Hochheitszeichen sind im Allgemeinen schwierig. Also man sollte sich da in der Tat wirklich sehr, sehr zurückhalten. Nehmt man jetzt, weil es gerade übrig war, bei Ebay Versteiger, kann man das sagen? Ja. Es wird häufig irgendeine gebrauchte Uniform von jemandem, der halt Ausscheider war, Verkauf, da ist halt natürlich alles drauf, was es gibt. Es ist natürlich eine aktuelle Uniform. Wenn es ungünstig läuft, man läuft damit durch die Stadt, es stößt jemanden sauer auf, es ist Amtsanmaßung, was schon mal ganz schwierig ist. Dann kommt noch eine Militärgerichtsbarkeit dazu und am Ende vom Tag zieht man nie wieder eine Uniform an. Also gewisse Rangabzeichen kann man schon verwenden. Man sollte dann aber tunlichst, unterlassen auch die Hochheitsabzeichen nicht zu verwenden. Sonst wird es irgendwann schwierig. Also bei meinen Uniformen ist es halt so, das ist jetzt bei der und noch eine andere Ausnahme, dass ein Rangabzeichen überhaupt drauf ist. Ansonsten ist es halt einfach mit der Uniform shit. Aber ohne Rangabzeichen und ohne Hochheitsabzeichen, damit kann ich halt auch durch die Stadt laufen oder durchs Hochlaufen. Und das interessiert halt erst mal niemanden. Dann wahrscheinlich auch mit Uniformen aus der Vergangenheit sollte man wahrscheinlich auch gewisse Kapitel aussparen. Ja. Verbindest du mit welchem, mit hoher Hauptzeichen wird es dann halt richtig schwierig. Ganz genau, ja. Also jetzt glaube ich auch, was man vom MEC und zum Underground noch sagen muss. Und alles, was in dem Bereich verboten ist, ist natürlich auch eine andere Ausnahme. Das ist auch noch so ein Thema, das mich interessieren würde, da ich ja jetzt rechtlich über einen Körperanzug oder einen Körperschritte, je nachdem, nachdenke, der meinen persönlichen Wünschen entspricht. Ich sage jetzt, ich mag und Hochheitsabzeichen. Wie gibt es ja da zum Beispiel Markenschutz? Wenn ich zum Beispiel bei mir, wenn man aber ein Wunschzeichen von Nike haben möchte. Inwiefern ist das legal oder ist das üblich? Wenn sich jetzt keiner antwortet der Frage, kommt auf den Produzenten an, ob der eine Lizenz hat. Also der Allgäuer darf Nike machen, aber davon nur drei Stück. Und eins kriegt Nike als Vorlage und zwei darf er dann noch verkaufen. Da kann ich den Preis anscheinend ganz gut hoch ansetzen. Also der ist recht human. Aber das legen die Hersteller fest. Und nicht jeder kriegt die Lizenz. Und du selber darfst es dir draufkleben, kein Thema. Aber beim Anfertigen lassen wird es schwierig. Ich dachte mir selber, da kannst du dir auch selber alles drauf machen, kein Thema. Das ist wie auch aus China, kannst du dir alles bestellen. Kommt auch hier an, ist halt so ein Eigengedarf. Aber zum gewerbsmäßigen Vertrieb ist es immer ein bisschen schwierig, ob du dann Lizenzen lassen oder nicht. Weil es Geld gibt. Ja, sozusagen. Die wollen halt verhindern, dass es Plagiate gibt oder irgendwelche Kollektionen erscheinen, dass jemand Geld mit dem anderen verdient. Ja, Michael, du hattest, glaube ich, noch ein letztes abschließendes Thema für uns. Wir haben schon mal ein bisschen über Alltagstauglichkeit gesprochen. Ich habe jetzt vorhin beim Rubberfong gesagt, eher nicht so. Ist es ein Thema zu sagen, ich ziehe das einfach mal drunter, weil es mir Spaß macht? Also alltagstauglich, muss ein bisschen differenzieren. Also ich bin nicht so der Fan, mit Rabber in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich es nicht so mag. Aber wenn ich meinen Mann hernehme, der geht auch Festivals in der Rabber, trägt es nicht runter, sondern einfach oben drüber. Wir sind zusammen auch schon in der Rabber Fahrrad gefahren, auch lustig. Also es interessiert eigentlich überhaupt in der Disco. Die Mädels sind uns toll. Was ist denn das? Darf ich mal anlernen? Also ganz normal ansehen. Kein Suburpiker. Für meinen Teil, ich arbeite zweitlich in einer öffentlichen Einrichtung und das 40 Stunden die Woche. Ich habe viel mit Menschen zu tun und stehe auch schon am Tag. Also ich glaube, ich würde dann hier und da runter. Ja, das ist ein Unterschied, ob du das in der Arbeit jetzt anziehst oder in der Disco anziehst. Ja, das ist ein bisschen. Ich frage ja meinen Mann auch immer, ob er gerade am sterben ist, aber nö, finde ich okay. Er glüht, habe ich so ein Stück Holz voll. Er ist happy. Aber jetzt beispielsweise Rubber unter eine Uniform zu ziehen, das ist ja glaube ich nicht ganz unnötig, oder? Das kenne ich so jetzt nicht, weil das in jedem Fall wieder zwei komplette, komplett andere Spiele haben. Die meisten ziehen ja aber ganz woanders an. Das ist auch ein bisschen vor der Jahreszeit auch. Ja, mag sein, aber ich kenne viele, die sind da hart im Leben. Das kann auch minus 20 Grad sein und man läuft halt dann quer über Parkplätze, Location im Arber. Das ist halt alles, der gewinnt wird. Kurz geht das, ja. Je nachdem, wie man das halt möchte, der will ja das vielleicht auch, dass es mal kurz durchkühlt. Je will das sein. Ich ist das eher 50-50, ich mag die Rocktrix sowie auch das Feeling und daher mag ich, ich habe auch gerne meinen Motorrad-Kombi, der hat auch einen durchdringen Reißverschluss, nochmal so neben Meier. Das schütze ich aber auch gerne an, wenn das hier zum Beispiel auch drunter ist. Es gibt mir nochmal so einen Kick, da ist nochmal eine Schicht drüber, nochmal so ein festes Gefühl und ja. Mit der Ausrüstung kann ich mich nicht auf die Straße trauen, weil da kann ich davon ausgehen, dass maximal innerhalb von 5 Minuten irgendjemand die Polizei ruft. Was mich aber durchaus macht, ich habe einen öffnen, schwarzen Oberall, mit dem gehe ich einkaufen und liege mich auf die Straße. Ich habe eine schwarze Uniform aus Hose und Jacke, gehe ich von dem, was auf die Straße, da denke ich mir inzwischen gar nichts mehr. Weil auch mit Stehsachen bin ich in meiner Freizeit unterwegs. Meine Nachbarn kennen das schon, die wundern sich da gar nichts mehr. Okay. Ja, da muss ich, glaube ich, meine Nachbarn noch ein Stück weit erziehen. Ich kann ja mal bei dir vorbeikommen, in deinem Outfit. Wunderbar. Ja, und noch ein paar Kollegen mitbringen. Aber dann denken deine Nachbarn an was anderes. Dann sind wir nachher in Erklärungsnot, wenn ich sage, sie mag nicht sein, ja. Viele spannende Themen, viele Informationen. Vielen Dank an euch. War eine sehr spannende, interessante und informative Runde. Danke, dass ihr da wart. Ja, danke auch an unsere Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020